Ihr könnt es nachher aber auch selber auslösen und duschen, es sind sehr gerne Wasser. Und Wasser bieten wir Ihnen hier überall ein wenig auf dieser Anlage dazu. Wir hatten ja früher in einem alten Elefantenhaus drin eine Wanne. Die ganze Sache hier ist sechsmal grösser, wir haben hier das extra anders strukturiert, viel mehr Möglichkeiten für die Tiere sich zu vertue, sei es hier jetzt einfach mit diesen Wassern.